In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es hier im 11. Wiener Gemeindebezirk im Hüblerpark zu einer Messerstecherei gekommen. Um circa 20 Uhr soll ein 19 Jähriger durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden sein. Er ist am Boden liegend aufgefunden worden und es gibt bislang zumindest noch keine weiteren Informationen, was allfällige Täter betrifft. Auch vom Opfer selbst, da konnte aufgrund einer starken Alkoholisierung noch keine weitere Information bekommen werden. Es gibt lediglich zwei Zeugen, die auch hier zugegen waren. Doch auch diese waren schwer alkoholisiert und daher tappt die Polizei das Landeskriminalamt bzw. die Landespolizeidirektion Wien noch weiter im Dunkeln. Was man weiß, es ist hier direkt im Hüblerpark passiert und der Hüblerpark, der ist durchaus auch ein guter oder vielleicht doch nicht ganz so guter Bekannter der Wiener Polizei. Hier eignen sich durchaus häufig ähnliche Gewaltverbrechen. Nun eben hier erneut eine Messerstecherei.